Hello again, meine Freunde! Vielen Dank, dass ihr euch angeschaltet habt! Keller, neues Richie Rich! With Charlie's on a Battleship Wega Regen! Ladies, jetzt so ne cremige Fanta-Karte, die ihr bekommen in irgendeiner Dings. Ich denke wegen seinem Fallrückzieher. Kann gut sein, ne? Der dreht gut auf, der Bra. Bin gespannt, wie der sich zockern lässt. Karte sieht sehr cremig aus. Pff, braunen Gegner. Hättest du willkommen. Benji, was geht? Der Weihnachtsmann. Salam Aleikum, Freunde! Weihnachtliche, warme Grüße hier aus meinem Sack. Und wenn ihr dieses Video seht, an einem Film morgen, hoffe ich, dass ihr einen schönen Morgen habt. Na, ihr seht hier beide Teams. Wir haben was Schönes gebaut. Ich hab hier drei Heroes drin. Zwei. Ist egal, weil Battleship kannst du machen, was du willst. Mindestens 29 Chemie. Der Rest ist scheißegal, ja? Ob du da zwei Icons reinhaust, ob du da eine reinhaust, ob du da zwei Heroes reinhaust. Das tut am Ende der Sache nix zur Sache, weil wenn die nicht auf ihrer Position sind, haben die jeden Ausrufezeichen gegeben. Gar nichts dieses Jahr. Und weil die Sache, wenn die nicht die Sache ist, dann ist die Sache halt eine andere Sache. Und am Ende ist die Sache, dass Stein hier die Regeln macht, Freunde. Das ist die Sache der Sache. Eben. Weil ich hier der Chef bin. Ich gewinne immer. So, Daumen nach oben. Ein absolutes Träumchen. Wir haben bei Benji ebenfalls was aufgenommen. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Link ist unten drin in der Beschreibung. Und ja, hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Schreib wieder einen sinnfreien Kommentar. Letztes Mal waren einige Hits dabei, muss ich sagen. Aber das geht noch ein bisschen besser, glaube ich. Machst du nicht mehr diese Intros, ne? Ne, ne, Intros nicht mehr. Gar kein Intro dieses Jahr. Intro ist vorbei. Man muss sich verändern, weißt du. Scheiße. Man muss auch mal einen Difference zeigen im Leben, weil ohne Difference gibt es keinen Diversität. Differenzial. Ey, wir packen alles auf die Bank. Richie bleibt stehen und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Team-Building. Richie bleibt stehen und der Rest muss gehen. So, da sind die Brüder auf der Bank. Welche Formation zockst du? 4, 3, 2, 1. Ey, gut, die spiele ich auch von neu ist halt easy. Dann geb ich dir die beiden Mittelstürmer. Dann gib mal die beiden. Die 1, die kommt links. Die 1, die kommt nach links. Und die 9 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du hast einen Schnüffler, Shiny. Du hast einen Schnüffler. Schnüffler, oder? Du bist so ein Bronzeschnüffler. Du weißt einfach, wenn in der Erde Bronze ist. Du hast mir zwei Bronzeschnüffler reingestellt. Richtig geil. Ja, okay, eigentlich geil. Du bist richtig geil. Mega geil, gut, dann mach ich mal bei dir den L-Mts. Schau mal vor man kriegt die oikein nicht M-sang denn immer M'. Da hätte ich gern die Nummer 7. Links oder rechts? Äh, links. Und rechts ist die Nummer 4. Ja. Kann er. Wenn ich mir das hier gerade angucke bei mir, du hast mir einfach wirklich... Ich habe, also insgesamt... Solange die ZM waren, ist es gut. Ja, das waren... Du hast mir drei mögliche Spots. Genau, du hast mir zwei Bronze ZMs ins MS gestellt. Das ist gut. Wirklich, super sexy. Was, Bronze MS? Zwei Bronze ZMs ins MS. Ach so, ich habe drei Bronze MS, ja gut. Dann geht's ja noch. Ey, komm, wir machen es ganz entspannt und cremig. Die 10, die 11, die 12 von links nach rechts. 10, die 11 und die 12. Stell ich. Super, super geil. Ei, ei, ei. Super toll. Gut, dann mache ich bei dir von links nach rechts. Ich habe übrigens das letzte Mal gesehen, in unserem Paddle-Chip hast du dich wieder vertan. Anstatt LV, RV machst du immer... Du nimmst irgendwie immer die IVs. Ach so, echt? Habe ich gelesen, ja. Ich mache immer von links nach rechts, eigentlich. Ja, genau. Und ich hatte erst die beiden Außenverteidiger bei dir gesagt, du hast sie so gestellt. Und hast dir selbst damit einen Gamechanger, glaube ich, sogar weggenommen. Ja, aha. Okay, also linkes ZM, stellst du bitte die 8? Nee. Okay, dann nicht. Sorry. Im zentralen ZM die 2. Ihhh. Äh, rechten ZM, die 11. Das ist unmöglich, kann keinen eigentlich reinzustellen. Kein ZM, das ist schon... Das ist schon eine Kunst. Das ist aber trotzdem irgendwie geschafft. Aber ich habe noch... Ich habe noch beide IVs, das ist eigentlich gut. Äh, ich auch tatsächlich. Ne, doch nicht. Einen habe ich noch. Ein IV. Ja, komm, da pack die 3 Linksverteidiger. Die 3 Linksverteidiger? Ja. Okay. Linker IV, die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, du spuh. Yo. Die Nummer 2 kommt daneben. Fuck. Ihhh. Ja. Und die Nummer 5. Nach rechts. Oh, nein. Komm, gib mir einen. Einen. Einen brauche ich. Jutti Schnuti. Also. Hast du schon einen Torwart drin? Torwart ist drin im Team, ja. IVs sind alle noch auf der Bank. IVs sind alle noch da. Also ich kann nur noch Gamestranger durch IVs kriegen. Okay, dann machen wir mal Linksverteidiger erstmal die 10. Äh. Wobei, voll gut, Alter. Gut gemacht. Ist gut. Jetzt Rechtsverteidiger, ja. Rechts, ganz rechts. Ja. Dann machen wir die 1. Linker IV, ne? Rechtsverteidiger. Mann! Dann rechter IV kommt die Nummer 12. Äh. Und in die andere IV packst du bitte die Nummer 5, Robert. Sehr gut. Ja, immerhin. Der erste war Linker IV, ne? Sonst geht das Gehäule wieder los. Ja, das ist ja egal, welcher von beiden IVs. Ja, wegen Fuß, Rechtsfuß, Linksfuß. Haha, hihi. Ey, hast du, ist okay. Nicht mit Rum bekleckert, aber kann man mit Arbeiten. Mit Rum? Ja. Hast du einen Torwart drinne schon? Die 4 bei dir rein. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wichtig und richtig. Dein Torwart war auf der 7, glaube ich. Ne, Torwart ist schon im ZM, aber du hast mir ein ZM ins Tor gestellt. Das ist super. Okay, könntest du auch noch machen. Komm, mach was Schönes. Ey, du kannst mir auf jeden Fall ZM stellen. Geil. Die Frage ist nur wen. Ich habe 13 M's auf dem Bank. Okay, dann hätte ich gerne, dass du die Nummer 3. Ja, ist gut. Ist gut. Hast du mir noch eine Karte reingepackt? Ist doch schön. Oh, sogar die Hero-Karte. Und meine Leute stehen echt gut. Meine ich sind richtig, richtig scheiße. Ich habe Doppel-MS in der IV, Alter. Wie viel hast du? Wie viel Chemist? Zwei Stück. Ich habe drei. Wow. Shit. Aber es stand noch nie so gut. Hier. Eins. Zwei. Drei. Ich hätte nur noch einen mehr gebraucht. Ich hätte ein Full-Team stehen. Also bei mir ist richtig Katastrophe, aber ich mache Nummer 1 und nehme hier natürlich den oder den. Ich nehme den mit. Zack, zwei. Sieht nicht schlecht aus. Wölf-Chemie habe ich. Ich habe 22. Heilige Maria. Gut, dann auf der Bank bei mir. Natürlich, wahrscheinlich wegen einem Hero, ne? Aber auf der Bank bei mir sind zwei Dings-Karten geblieben. Falsche Positionskarten. Perisic wollte ich unbedingt spielen, weil das ist nicht so schlimm, wenn der Bo, der spielt, der kann gefühlt alles. Und dann bleibt er auf der Bank. Und Doom-Freeze. So, dann seht ihr jetzt nochmal beide Teams. Ich packe jetzt hier noch einen auf der Bank und dann sehen wir uns gleich im Spiel. Wir machen noch einen Mene-G-H rein. Ja, sag ich ja. Voll gut. Du bist die 3D, du warst perfekt gestellt. Ey, Ladies, wir gehen rein ins Spiel. Bin gespannt, wie sich zocken lässt. Ach du Kacke. Schau mal, gut, dass du da zwei Bombs hast. Ah, schwierig. Der kann ja nichts. Oi, Fanzini, weißt du, was der kann? Konzentrieren. Grandiose Pässe. Gar nichts kann. Spieler wird einfach gewechselt. Spiel wusste ich schon vorher, dass ich den Ball nicht kriege. Weit. Ach, du hast einen Bronzy-IV aber. Nee, das ist der von Arsenal. Oh. Kein Abseits. Ja, kein Abseits. Deiner Taylor. Nein, nee, Taylor. Du bist auch Mr. Peckluck dieses Jahr bei solchen Packs. Bin total Mr. Peckluck. Die Natale gefühlt hat 1-0, was ich gezogen habe in dem Jahr. Gute Mittelfeldspieler von Barcelona und von Real, die, die richtig viel Pass haben, aber nie Pace. Das zieht sich einfach damals schon mit Iniesta und so, weißt du? Hm. Oh Gott. Oh Gott, no offside. Kulicepski. Er ist der Beste. Er ist einfach der deutsche Ibrahimovic. Hello. Is it me you? Oh, was ist das denn? Gori, wer ist das denn? Ich kann gar nichts tun, ne? Der VAR, ja. Scheiße. Mit meinem Team bin ich hier wirklich ganz, ganz tief am Fallen, Digga. Und ich habe echt Angst, dass mein Markizu hier über den Jordan geht. Und ich liebe ihn. Ist das der Normal oder der World Cup? Der World Cup. Oh fuck. Ja! Oh, Mann! Es gibt's doch nicht. Toni! Ölerei, ne? Merkst du? Guter Mann. Abseits, richtig? Nein. Diesmal nicht. Nein! Ja! Mann! Du bist so schwerfällig in der Verteidigung, ey. Wenn du einmal in der falschen Richtung läufst, ist das Gefühl schon vorbei. Komm, wenigstens ein Tor, Jungs. Wirklich. Komm, du kannst einen, machst einen Pass und stehst einfach alleine auf meinen Tor direkt. Wieso geht der denn hier nicht rein? Nein! Er spielt zum, er spielt zum Falschen. Er spielt in, oh Gott, das ist einer der schlimmsten Spiele. Ah, ist noch nicht abgewiffen! Was ist denn hier los? Oh Gott! Ich hab den Controller weggelegt und die Hände vor dem Gesicht zusammengeschoben. Oh, nein! Mann! Scheiße! Das war der schlimmsten Games bisher für mich. Wow! Ja, wenn du gar nichts tun kannst, so einfach nur über dich ergehen lassen, das ist halt echt anstrengend. Ja, also bei mir Chancenauswertung hinten raus war eher ein bisschen kritisch, aber... Ne, 3-0! Ich werde mich hier nicht beklagen, hör mal. Kann die Brüder alle behalten, wir kommen zum Discard. 3-Man-In-Leben-Trennen. Also die drei teuersten sind Richa Lison, Asensio und Marquisio. Isio eineinhalb Millionen, Richa Lison 600k und Asensio, glaube ich, 300, ey, 180. Torwart, Linksverteidiger, also linker Außenverteidiger und linker Innenverteidiger. Also quasi vom Torwart nach links gezogen einmal so. Luka, Orse, Kunde und Bruno Gomaresch. Richa IFAW wäre mit Chisio gewesen. Mit Chisio! Richa IFAW! Ja. Das ist ja auch wieder eine Fake-Aufnahme hier, ne? Ich glaube, wobei ich darf mich gar nicht beschweren beim Discard, ich habe bei TZ richtig reingepfeffert. Ich glaube 2,5 Millionen oder so Discard. Ja gut, was ist das für dich? Aber, man, ja, kannst du so weghauen. Ah, jetzt bin ich schon, jetzt bin ich schon bei der, bei der SPC. Gut, meine SPC ist ready for take of an Akonazema ready. Ja, weg. Wie immer, Bronze geht nicht rein, Freunde, weil Gold upgrade. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Das hätte auch gerade 5, 6 Null für dich ausgegeben können. Ja, aber du kennst, du führst hoch, dann willst du verrückte Sachen probieren, dann gehen auf einmal, danach willst du wieder auf Save, die safen Dinger gehen nicht rein, wie von Richa Lison hat eine Dinge, dann musst du eigentlich ins Tor, aber, ach komm, scheiß drauf, alle hopp ey. Ich hoffe, ihr hattet hier dennoch ein bisschen Spaß. Checkt auf jeden Fall die Folge bei Benji ab, dann machen wir jetzt eine Revanche. Und ja, sinnfreier Kommentar, der beste sinnfreier Kommentar wird, da wird was passieren. Da wird irgendwas passieren. Von daher verabschieden wir uns, viel Gesundheit und bis die Tage lang. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.